Für mich ist es natürlich ein besonderer Ort, hier an der Donau eine spannende, faszinierende Architektur. Eine tolle Fassade für Projektionen, also diese geometrischen Formen, diese Verschachtelung, da diese bayerische Geschichte subtil, malerisch, abstrakt umzusetzen, Bildzitate zu setzen, ein spannendes Projekt. Es sind acht Videoprojektoren, die jetzt im Einsatz sind und dann ist ja auch noch vor dem Museum eine Bodenprojektion, wo die Wörter auch nochmal auf den Boden projiziert sind, sodass der Besucher auch Teil wird der Installation eintauchen kann. Ich arbeite ja oftmals in den Installationen mit Begriffen, mit Typografie und jetzt hier ist natürlich das Besondere dann auch für mich, ich bin ja in Bayern aufgewachsen, dann eine Installation mit bayerischen Begriffen und bayerischen Begriffen aus der bayerischen Geschichte zu verwenden. Mein Gott, ich bin ja in der Begriffen von den Körpers Rotaschi. Ich bin ja in der Welt, aber scheine ich in der Welt. Ich bin ja 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 in der Welt. Habe ich in die Welt.